Oh Mann, ey. Und jetzt einfach die Schulter nach vorne. Und wie lange machen wir das jetzt? Zehn Minuten. Zehn Minuten? Ja? Ist doch mega lange fürs Tanzen. Brauchen wir das überhaupt so anstreben? Ein bisschen Music würde doch die Motivation krass pushen, oder? I guess. Aber normalerweise kommt Musik doch erst, wenn wir die Choreo machen. Ich mein, wir können es doch mal versuchen, oder? Soll ich was anmachen? Ja. Soll es das nicht wirklich machen? Wie vieles mal? Ich meine, ich warte mir mal. Jetzt geht's los. Ich hab ein bisschen домas und gar nicht. Halten, 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 unten bleiben, halten. Eins, zwei. Vier, fünf. Fünf. Du A. Probieren wir mal das. Und warum soll das gut sein? Ach so, ja. Das ist einfach so ein fun move, um den Kopf freizukriegen. Und einfach die Beine machen lassen. Wie wär's, wenn wir das alle mal versuchen? Also, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir den Kopf ausschalten. Ja? Wer will anfangen? Easy? Ist es? Wenn du magst. Ja? 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 Dann. Ja? Keine Mahomes! Tá guck! Skaformed Kote Indianapolis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020